Ich werde kurz halten unter den Bäumen und ganz kurz den Helikopter tracken. Ihr fahrt weiter. Ich komme hinterher dann. Panzer verstanden. Schieße auf den Helikopter. M113 hinter euch. T-72 zurückbleiben, alle anderen weiterfahren. Hinter euch kommt ein M113. Fahrt, 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 Gas, Gas, Gas. Äh, wechseln. M113 ist ungefähr 30 Meter nördlich des Waldes, in dem ich eben angehalten habe. Welche Richtung kommt der Panzer? Heli ist südlich gelandet, sehr nah. Dann Funken abbrechen und nach Norden fahren oder nach Nordosten fahren. Panzer schließt jetzt auf. Markerflucht. Ähm, wir fahren nach Norden, ja. Ähm, Osten wäre gut. Also, wenn ihr nach Osten kommt, die Straße, wo wir hergekommen sind. Ja, das kriegen wir. Super. Ich warte auf euch am Weg. Ich warte auf euch am Weg. Muni Truck kommt hinterher so schnell ihr könnt, dass wir müssen, ähm, der war ein... Infanteriekontakte, ähm, östlich von euch. Also, nördlich der Straße. Marker EI sind auf der... Sind auf der... Sind Richtung Südosten unterwegs... Äh, Südwesten unterwegs. Panzer fährt vor. Mindestens drei. Ja, fahr mal schnell, das ist ziemlich nah an uns dran. Wenn nicht, müsst ihr überholen. Ich, ich habe euch in Sicht. Ich werde mich bedenken, in den Korbwerk einsiedern. Äh, ich fahre weiter nach Norden. Perfekt, ja.